In unserer Reihe, wohin will unsere Habgier denn sonst noch vordringen? Hier die Frage von Gerhard L. Auch finde ich klasse. Ich fände es spitze, wenn Sie in Ihrer Sendung mal erklären könnten, was Fracking bedeutet, was da genau gemacht wird und welche Risiken es dabei gibt. Fracking. Ich habe ja am Anfang gedacht, es hieß Cracking. Ja, ich habe es einfach akustisch nicht verstanden. Da habe ich gedacht, Cracking, ja, das könnte was sein, was ich dann gesehen habe. Aha, um was es da geht. Crack ist ja so eine knallharte Droge. Nimmst du einmal, bist du also sofort auf Droge, also total auf Droge. Kannst gar nicht mehr anders. Und ich hatte den Eindruck, als ich dann gesehen habe, um was es da geht, ja, Cracking ist eigentlich der richtige Name dafür. Denn diejenigen, die das machen, die sind auch auf Droge. Die haben ja wohl, also wie denn jetzt? Also um was geht es? Cracking? Ach, nicht, Entschuldigung. Fracking? Ja, wo fängt man denn da an? Es geht um sogenannte unkonventionelle Gasreserven. Also dann gibt es offenbar auch konventionelle Gasreserven. Das sind dann halt Gasreserven, das sind dann halt Gasreserven, also Gasblasen praktisch, die sich im Gestein befinden. Die unkonventionellen Gasreserven, das sind die, die sich so, ja, so überall, so ein bisschen im Untergrund so angesammelt haben. Die aber normalerweise nicht rauskommen, denn damit die rauskommen, dafür braucht es ja Druck. Aha, unter dem Druck stehe ich hier jetzt natürlich auch. Wo ist denn mein Kaffee? Ich glaube, der ist da drunter. Ja, das habe ich, das Gefühl habe ich auch. Der ist da drunter. Ja, also ich mache jetzt mal Lashing hier. Lashing bedeutet, eine Tasse von Ihrem Stuhl zu befreien. Also keinen Stuhlgang zu machen, sondern den Stuhl erstmal dahin zu bringen, wo er ist. Übrigens, ich habe keinen Milch im Kaffee, sehe ich. Das ist ja erschütternd. So, aber... Müsste jetzt vielleicht doch nochmal so... Und schmeckt er auch ohne Milch? Ja, in der Not isst man die Wurst auch ohne Brot. Aber ein bisschen Milch wäre schon schön. Da sind wir nämlich gleich beim Thema. Konventionelle Gasreserven sind Gasreserven, die sich relativ leicht ausbeuten lassen, weil der Druck, den eine solche Gasblase hat, ist groß genug, dass das Gas, wenn man es oben anbohrt, wenn man praktisch ein Loch bohrt, entweicht das Gas. Das ist die einfachste Variante, die man, was Dinge aus dem Erdboden zu holen betrifft, sich vorstellen kann. Das macht beim Öl genauso. Die ersten großen Ölvorkommen, die man in Saudi-Arabien zum Beispiel angebohrt hat, die waren praktisch direkt unter der Oberfläche. Das kam sogar von alleine raus. Das war überhaupt kein Problem. Aber wie das ja so ist, wir sind ja auf dem Weg, die Erde zu karkassieren. Jeder, der schon mal gekocht hat, weiß, was eine Karkass ist. Das ist nämlich ein fast vom Fleisch befreites Huhnskelett. So ein paar Reste wird gerne genommen für eine etwas dünne Hühnerbrühe, eine Karkass. Und wir sind ja auch gerade dabei, die Erde zu karkassieren. Also wir sind ja fast schon zu kannibalisieren. Und das Fracking scheint mir so der nächste Schritt zu sein. Denn jetzt, nachdem die großen Gas- und Ölreserven dieser Welt offenbar mehr oder weniger bekannt sind und mehr oder weniger ausgebeutet sind, man muss ja schon sehr, 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 sehr tief bohren, zum Beispiel diese Tiefbohrungen alleine nur auf dem Meer, die gemacht werden. Da geht es ja um mehrere tausend Meter tiefe Bohrungen und nicht nur vertikal, sondern sogar horizontal. Man kann sich das kaum vorstellen. Mit welchem Aufwand inzwischen gearbeitet werden muss, um an die fossilen Ressourcen ranzukommen, hat man sich eben vor einigen Jahren überlegt, Mensch, lass uns doch mal gucken, ob wir nicht an diese unkonventionellen Gasmengen rankommen, die es ja möglicherweise überall auf der Welt geben müsste. Also Fracking bedeutet, es wird aufgebrochen, Gestein wird aufgebrochen und man versucht an diese kleinen unkonventionellen Gasreservien dranzukommen, die da überall im Boden irgendwo versteckt sind. Es gibt so eine alte Theorie, dass im Grunde genommen genügend von diesen fossilen Brennstoffen da sein müsste, weil der Planet ja schon so lange Kohlenstoff freigesetzt hat und dass es irgendwo im Erdinnern schon jede Menge Kohlenwasserstoffmoleküle geben müsste. Man muss nur drankommen. Das war so eine Theorie. Und das Ganze, Rede vom Ölpeak oder sowas, sei alles Quatsch. Denn da unten, da lägen ja noch riesige Vorkommen. Gut, es wäre nicht so einfach dran zu kommen, da muss man die Erde eben aufbrechen. Dann brechen wir es eben auf. Fracking müsste es heißen. Was wird da gemacht? Nun, beim Fracking wird unter hohem Druck eine Flüssigkeit ins Gestein gepumpt, sogar mehrere tausend Meter tief hineingepumpt. Und diese Flüssigkeit ist erstmal schon mal das Problem. Das ist eben nicht nur Wasser, sondern das ist eine Flüssigkeit, die ist ein schöner Chemikalien-Cocktail, wird da hineingepumpt. Denn es soll A dazu führen, dass gewisse Schründe sich öffnen. Das schöne deutsche Wort, Schrund, die Schründe. Also kleine Öffnungen, kleine Kanälchen, die sich da im Erdinnern bilden, so dass diese unkonventionellen kleinen Gasvorkommen auch an die Oberfläche dringen können. Und nicht nur dringen, sondern drängen können. Also mit anderen Worten, es wird was aufgebrochen. Und dann ist natürlich das Problem, wenn man jetzt wirklich an diese unkonventionellen, ich gucke mal da runter, Gasreserven rankommen will. Und die sollen auch ökonom, bitte? Da unten ist es. Genau, da unten, da kommt das Zeug raus, ganz richtig vor. Also ich presse das Zeug da rein, dann breche ich das Erdinnerer auf. Und dann kommt aus dem Erdinneren, kommen diese Unmengen, also scheinbar diese Unmengen an Kohlenwasserstoffmolekülen kommen dann da raus. Und die können dann hier oben verbrannt, verheizt und sonst was werden. Und dann, damit das also einigermaßen ökonomisch, also wirtschaftlich ist, muss ich natürlich diese Kanälchen lange aufhalten, damit das Gas auch rauskommt. Wenn diese Kanäle sofort wieder zumachen, ist ja blöd. Dann kommt das Gas ja nicht raus. Also muss ich es aufhalten. Das heißt, nicht nur Chemikalien werden da runtergedrückt, sondern es muss auch Material da sein, was dann praktisch wie so eine Art Stand. Bei einer Herzoperation wird ja geguckt, dass die Arterie dann wieder aufgedrückt wird. Und so muss man das hier auch machen. Man muss also dann so ein Körner-Material mit darunter pressen. Und das muss in so einer Art Gelee sein, sodass es dann auch möglich ist, das zu pressen erstens. Und zweitens, dass die Rohre dann auch aufgehalten werden und das Material da rauskommt. Also mit anderen Worten, der Aufwand für Fracking ist unglaublich groß. Das ist nicht nur einfach so ein Loch bohren und hoffen, dass es rauskommt, sondern man muss das Erdmaterial quasi sehr stark davon überzeugen, dass es sich öffnet und dass es das Gas rauslässt. Jetzt hat sich herausgestellt, in Amerika wird das ja schon eine ganze Weile gemacht, es hat interessanterweise dort zu einer starken Reduzierung des Gaspreises geführt, weil die Amerikaner, die holen offenbar aus ihrem Boden raus, was irgendwie rauszuholen ist. Dann haben sie also festgestellt, erstens, es werden Chemikalien verwendet, die sind hoch gesundheitsgefährdend, die sind wirklich giftig, die können also die Zeugungsfähigkeit der Bevölkerung beeinträchtigen. Es ist in jeder Hinsicht nicht klar, was eigentlich da wirklich runtergepumpt wird. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wenn dann tatsächlich mal diese Fracking-Flüssigkeit unten ist und das Gas kommt hoch, dann kommt es einem aber auch hoch. Dann kommt eben nicht nur das Gas hoch, was man gerne rausholen möchte, sozusagen schön kontrolliert, so nach dem Motto, jawohl, hier bin ich, Erdgas, unkonventionelle Erdgasreserve, wo darf ich mich irgendwo in einem Tank versammeln, sondern es kommt alles hoch. Also wenn man in diese Untiefen da unten richtig Druck, zusätzlichen Druck reinliefert, dann kommt das Material auch wieder raus. Und so ist es zum Beispiel in etlichen Bundesstaaten in Amerika passiert, dass auf einmal das Grundwasser total verseucht war mit allem möglichen Zeug, was da drunter, also der sogenannte Backflow, nämlich das Zeug, was dann da langsam mit dem Gas nach oben dringt. In dem Backflow sind nicht nur alle möglichen Chemikalien drin, sondern auch Gas. Da kann es schon mal passieren, wenn du dich morgens duscht und machst das Licht an und dann wirst du in eine erdnahe Umlaufbahn geschossen. Da wurde dann zum Beispiel von der US-Gesundheitsbehörde veranlasst, dass die Bewohner in verschiedenen Bereichen, in Wyoming und Pennsylvania zum Beispiel, sie sollen ihr Leitungswasser nicht mehr trinken, sie sollen beim Duschen für Lüftung sorgen, weil die wurden mit Wasserwagen versorgt. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht, das kann doch absolut, und jetzt gucken wir uns natürlich nach, in Europa, Fracking in Europa, kann ich mich beruhigen, ist eigentlich ökonomisch völliger Schwachsinn, würde nichts bringen. Die paar Stellen, wo es einigermaßen interessant wäre, würden einen ganz winzigen Anteil der gesamten Ressourcen für Europa und auch namentlich für Deutschland bringen. Aber wir haben da ein Problem. Niemand hat sich jemals vorstellen können, dass man solche Tiefenbohrungen, also mehrere tausend Meter tiefe Bohrungen vornehmen kann und dabei Chemikalien ins Erdinnere hineinpresst und so weiter. Also bis jetzt haben wir kein Fracking-Gesetz in Deutschland, sondern das unterliegt alles dem Bergbaugesetz. Dieses Bergbaugesetz stammt aus Zeiten, hat man sich natürlich überhaupt nicht vorstellen können, dass man mal derartig tief bohren kann, dass man mal derart dramatisch ins Erdinnere eingreifen wird, dass man das aufbricht. Ich meine, gut, wir wissen natürlich, wie Bergbau funktioniert. Wir wissen, dass wir natürlich schon dramatisch ins Erdinnere vorgedrungen sind. Aber wir haben noch nie versucht, ganze Erdschichten so aufzubrechen, nur um ein bisschen Gas rauszuholen. Und was dann dazu gehört, ist dieses Problem, dass also Umweltverträglichkeitsprüfungen dieses Verfahrensfracking, die tauchen nach dem Gesetz, was wir momentan haben, erst ab einer bestimmten Mindestmenge, einer bestimmten Fördermenge an. Also vorher muss man gar nicht gucken, ob das jetzt mit der Umwelt verträglich ist. Nur bei dem Fracking-Verfahren geht es ja um kleine Gasmengen. Das heißt, diese großen Mengen, die laut dem Bergbaugesetz notwendig sind, um eine Umweltverträglichkeitsüberprüfung zu machen, die werden von den Frackern gar nicht erreicht. Also in Deutschland könnte man momentan Fracking betreiben ohne große Umweltverträglichkeitsüberprüfung. Der Wahnsinn. Aber das wirkliche Problem ist doch ein ganz anderes. Was steckt denn hinter dem Fracking? Hinter dem Fracking steckt doch die Vorstellung, man könne einfach so weitermachen wie bisher. Ja. Ich meine, wir haben das Öl irgendwo auf der Welt abgeräumt. Das ist doch kein Thema. Jetzt ist das Öl weg oder es wird immer weniger. Es wird immer schwieriger. Man denke nur an die verschiedenen Probleme bei der Bohrung im Meer. Wie tief die da reingehen. Jetzt gucken wir mal, haben wir nicht eine neue? Gut, die ist ein bisschen brutaler, die Erde. Ja, sie will es eben ein bisschen brutaler, die Erde. Dann kriegt sie es auch brutaler. Wie kommen wir denn an die nächste Sorte? Ja, den Eindruck muss man auch haben. Wie kann man auf den Gedanken kommen, eine Situation, die ich gerne mit folgendem Bild beschreibe, so radikal zu lösen? Es gibt, also in welcher Situation sind wir denn? Allen Menschen, groß und klein, ist völlig klar, die endlichen Ressourcen heißen endliche Ressourcen, weil sie... Endlich sind? Ja, endlich haben wir es. Was ja endlich heißt, nämlich, sie sind irgendwann weg. Also was ich jetzt verbrenne, ist futsch. Finito, Ende, aus. Gibt es keine Chance mehr, kommt nicht wieder vorbei. Wir verbrauchen in einem Jahr so viel Kohlenstoff, wie die Erde in einer Million Jahre aufgebaut hat. Man muss sich das mal überlegen. In einer Million Jahre, wie lange das? Und das machen wir in einem Jahr. Also wenn wir so weitermachen mit den fossilen Brennstoffen, sind sie einfach weg. Da hat die Erde sich viel Arbeit mitgemacht und wir schmeißen das so. Wir verheizen unsere Oma, ihr Kleinhäuschen. In der Tat. Und jetzt kommen Leute auf den Gedanken, ja, jetzt ist das weg. Ja, was haben wir denn noch so? Wir haben jetzt die Oma, ihr Kleinhäuschen verheizt, aber da hinten im Garten, das Gartenhäuschen, das können wir doch auch noch verheizen. Und wenn wir das Gartenhäuschen verheizt haben, dann können wir den Gartenzaun verheizen. Und dann können wir vielleicht noch, ja, wir werden schon noch irgendwas finden. Ja, wir können alles verheizen. Der Stuhl, den könnten wir auch verheizen. Ja, mit anderen Worten, wir verheizen alles. Der Wahnsinn. Fracking ist ein Verfahren. Diesen Weg, den wir eigentlich gehen müssten, also mein Bild, mein Lieblingsbild. Wir stehen auf der einen Seite eines Sees. Der See ist zugefroren. Ganz leicht. Wir wissen aber nicht, wie dünn die Eisdecke ist. Wir wollen auf die andere Seite des Sees, dort ans Ufer kommen. Was für Möglichkeiten haben wir? Wir haben die Möglichkeit, über die Eisdecke zu gehen. Das soll das Versinnbildlichen, dass wir einfach weitermachen wie bisher, nämlich wir verheizen fossile Ressourcen. Und in der Hoffnung, dass die Eisdecke dick genug ist, schaffen wir es vielleicht an der anderen Stelle. Oder wir gehen den sicheren Weg. Wir gehen nämlich außenrum. Das heißt, wir gehen den Weg über die erneuerbaren Energien, oder wie ich sie gerne nenne, unerschöpflichen Energien, und versuchen dort den Weg zu erreichen. Also unsere Zukunft liegt entweder darin, und dass wir versuchen weiter, fossile Brennstoffe auszureizen bis zum Gehtnichtmehr, oder den anderen Weg zu gehen, den uns unsere Vernunft predigt, dass wir nämlich versuchen sollten, endlich an die Energiequellen ranzukommen, die ja schon immer da waren. Also Fracking ist mit Risiken behaftet, die nach meiner Einschätzung in keiner Weise eine ökonomische Nutzung in Europa wirklich gewährleisten. Also man sollte die Finger davon lassen. Es wäre viel vernünftiger, das Geld dazu zu verwenden, anstatt sich teure Chemikalienlösungen für Fracking auszudenken, sollte man sich vielleicht lieber bessere Lösungen ausdenken. Erstens, wie kann man Energie mechanisch freisetzen, nämlich mit Windkraft. Wie könnte eine neue Windkraft, eine Windradgeneration aussehen? Wie könnten wir es schaffen, diese Energie zu speichern? Wie können wir sie über Land verteilen? Und so weiter. Vielleicht könnte man eines machen. Und das wird vielleicht ganz interessant sein. Man muss vielleicht das Gas gar nicht aus dem Boden holen. Man könnte nämlich die überschüssigen Windstrom vielleicht auf der Erde, ohne Fracking, aber mit viel Thinking in Gas verwandeln. Power to Gas. Das könnte es vielleicht sein. Und auf diese Art und Weise hätte man vielleicht durch einen solchen Irrsinn einen Anlass gefunden, tatsächlich über was ganz anderes nachzudenken. Also Fracking aufhören und dann vielleicht doch endlich anfangen, was Ordentliches zu machen. Aber der Klapp auf Rom-Bericht ist von 1972. Den hat auch noch keiner geglaubt. Vielleicht brauchen wir einen neuen. Fracking ist auf jeden Fall keine Lösung. Bis zum nächsten Mal.